Mit einem sogenannten Aufwärtstransformator können wir die Spannung am Ausgang erhöhen. Wenn wir einen Abwärtstransformator verwenden, können wir die Spannung am Ausgang verringern. Aber wozu brauchen wir das? Nun, ein Kraftwerk erzeugt eine Spannung von vielleicht 12.000 Volt. Unsere Häuser sind aber, je nach Region, auf 120 bis 240 Volt ausgelegt. Das Kraftwerk muss die Energie über weite Strecken transportieren. Bei niedrigen Spannungen von 12.000 Volt stellen die Hochspannungsleitungen einen erheblichen Widerstand dar, so dass auf dem Übertragungsweg dorthin ein großer Energieverlust entsteht. Um das zu verhindern, werden Aufwärtstransformatoren eingesetzt, die die Spannung auf etwa 400.000 Volt erhöhen. Wo die Überlandleitungen die Stadt erreichen, wird die Spannung mit einem Abwärts- oder Abspanntransformator auf etwa 11.000 Volt für die kommunale Verteilung reduziert und dann noch weiter auf etwa 240 Volt für die einzelnen Haushalte. Wenn wir die Spannung durch einen Transformator erhöhen, reduzieren wir gleichzeitig den Strom. Der Energieverlust in einem Kabel hängt von der Stromstärke und dem Widerstand des Kabels ab. Wenn dieses Kabel zum Beispiel einen Widerstand von 5 Ohm hat und wir versuchen 10 Kilowatt bei 240 Volt durch das Kabel zu schicken, würden wir etwa 87 Prozent verlieren, weil der Strom hoch, die Spannung aber niedrig ist. Wenn wir dieselbe Leistung aber mit 400.000 Volt übertragen, verlieren wir nur einen winzigen Bruchteil von etwa einem Prozent, weil der Strom niedrig ist. Bei hohen Spannungen können wir den Strom also weiter und effizienter übertragen. Nebenbei bemerkt, der Grund, warum Häuser in Nordamerika entweder 120 oder 240 Volt nutzen, ist das drei-artige System, bei dem ein zusätzlicher Draht mit der Mitte der Sekundärspule verbunden ist. Daher kann dort entweder nur eine halbe Spule verwendet werden, dann nutzt man 120 Volt oder die ganze Spule, dann nutzt man 240 Volt. In den meisten Ländern der Welt wird jedoch eine Spannung von 230 Volt verwendet und dafür wird nur ein Zweitradsystem verwendet, das einfacher aufgebaut ist und mehr Strom an die Steckdosen liefert. So lässt sich zum Beispiel Wasser in einem Wasserkocher schneller zum Kochen bringen. Übrigens habe ich Elektrosysteme in Wohngebäuden schon ausführlich behandelt. Die Links dazu findet ihr weiter unten. Schaut euch doch eines unserer Videos an, um noch mehr über Elektrotechnik zu lernen. Wir sehen uns dann in der nächsten Lektion wieder. Folgt uns gerne auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok und theengineeringmindset.com